Was ist das Atelier, zweite Woche? Es ist noch nicht viel fertig, aber ich habe tolle Sachen begonnen, bin ganz inspiriert und daraus wird garantiert etwas. Hier liegt viel für die kommende Woche und auch für die kommenden Wochen, denn ich habe Aussicht darauf, eine Vertragsverlängerung zu bekommen bis Ende 2020. Wenn das nichts ist, BÄM!